Ich will nicht zu viel denken, über das Herrlich zu sein. Es ist eine Konsequenz, wenn wir das erreichen können. Das ist super, aber es ist nicht unser Ziel. Wir wollen das Spiel gewinnen. Wir wollen einen anderen Sieg, in einer besten Situation zu sein. Die Rückrunde oder die letzten Spiele gegen Ausbruch anzufangen im nächsten Jahr. Aber ja, es ist normal, dass wir mit diesem Run, mit dem Lauf, das wir machen, dass wir einen Rekord erreichen. Aber das ist nicht mein Fokus, Herrlich zu sein. Ja, er hat sehr gut gespielt. Ich glaube, nicht nur in dieser Saison. Wir haben die Entwicklung von Pala gesehen im letzten Jahr, glaube ich, von Januar. Er hat fast keine Verletz gehabt, verletzt. Das ist sehr wichtig für ihn, konstant zu bleiben. Er ist sehr dynamisch, gut mit dem Ball, gut im kurzen Pass. Und er hat viel bewässert seinen Fußball hier, auch mit der Nationalmannschaft. Es sind sehr wichtige Spiele für uns, aber er ist gesperrt, das kann passieren. Auch z.B. Bochum, sie haben gesperrt Stöger, eine wichtige Spiele für ihnen. So, ja, aber wir haben Gustavo, Rob, Grimaldi auch, er kann in dieser Position gespielen. Wir haben genug Möglichkeiten, nichts zu vermissen. Also, wir haben uns in dieser Position gespielen, 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 in dieser Position gespielen